Yo Nein oh Gott nein. Oh Gott nein. Oh Gott nein nein Nein, 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 nein. Ach, scheiße. Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit, ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen, denn der hier noch viel krasser spielt. Also los Diabos, hebt dir Daumen, ihr könnt euren Augen trauen, dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier und dein Männendes Tagesmächte ist hier das Alphatier. Oh mein Gott, wir spielen hier wirklich Pokémon, weil aus Pokémon 1 der Typ heißt Red, wenn du Silber oder Gold oder Kristall spielst und in der Kanto-Region bist. Dann heißt der Typ, gegen den du am Ende kämpfst, der letzte Trainer von allen, heißt Red. Was ist los hier? Was ist hier los? Wir sind da was ganz Heißem auf der Spur. Ich sag wie es ist. Ja Leute, ich bin ganz allein hier, kein Problem. Hey Mothers, kein Problem. Alter, wirklich. Der krasseste Spieler EU-Nord, ey. Alter, das ist ja krass. Das ist ja so krass, was ich hier mache. Wallah, Alter, Outplay. Drei Leute. Komm, du auch noch. Kein Problem. Das ist der Clown, der sieht lustig aus. ich habe fragen ist der im Farbtopf gefallen was mit dem passiert, das war mal die Hauptrolle von LazyTown was ist der geworden ey, das ist total verändert, alle sagen das war es der Rathalos oder mein Opa, der hat ein Glurak, Glurak und Rathas, oh mein Gott er hat ein Drachenfeuer Pokémon dabei ich sollte eigentlich Linksender sein, aber meine Mom war damals so, ey schreib mal mit rechts voilà einfach umgepolt den Jungen ja aber das Geile ist, links auch mit Standbein und so, also ich glaube links auch als erstes los und so ein Scheiß ja, mein steht in der Mitte du bist so anders ne, du musst immer direkt so einbringen weißt ja, man stelle es auch, man nennt es auch Gleichgewichtsunterstützung Geht voll, Alter Kopf, 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 komm schnell und hol deine Knarre ja, die Gatlingern sind genug da ne, Extramulsion brauchst du nicht ja, kann ich auch jetzt nichts für, wo soll ich jetzt den richtigen Radalos herholen du bist doch bescheuert bist du doch die Schüsse Kopf, Kopf, jetzt ist der Richtiger da, Kopf Kopf, da ist der Richtiger nein, ich verarsch dich jetzt komm doch her, Kopf äh da erledigt jemand grad deine Arbeit jetzt ist der Fahrt jetzt brauchst du auch nicht mehr, Kopf bleib doch wo du bist, Kopf, ey, ganz leidig ah ja, er ist schon tot Tosti Problem Extrasse drücken verbietet eine Aktion im Spiel he he ich darf die Extrasse nicht drücken warte mal, was war denn die Extrasse? ja, das ist gut die macht nämlich gar nichts 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 komm mal hier runter sei sie ich darf mich nicht drücken ja, da muss ich mich drücken lassen, ne? und keine Lampe aktivieren ich darf keine Lampe mehr aktivieren hier ist ja auch eine Tür da kommt sie nicht mehr raus das heißt, wir müssen jetzt hier warten weil ich nix machen kann du kannst noch, äh, mal gucken da, da gibt's glaub ich noch irgendwas hier, oder? ja, aber ich kann noch nix aufnehmen, ne? oder geht dir noch ein Weg lang? da geht's noch was? ja kann ich aber nicht aufheben ich hab ne Idee ich auch das ist der kann ich auch nicht sein, ey? aber, aber die, die Grundidee war geil die Grundidee war super das kann ich jetzt aufs Plan, diese Scheiße, ne? aber ich kann ja kein nix drücken ja Tossi meanwhile gehen wir mal davon aus, wir sind jetzt hier in der Welt der Pokémon entweder spielt Pokémon vor Monster Hunter und es ist irgendeine Atomexplosion entstanden giftig, egal, sonst irgendwas Team Rocket, Mashallah oder Chaos Arcois hat sie gedacht, ich mach mal noch eine weitere Welt und guck mal, wie es damit läuft oder aber Monster Hunter spielt vor Pokémon und das hier diese Insel der Ryder sind so nüt weil die Menschen haben sich halt vorher mit immer haben sich gegenseitig bekämpft mit den Pokémon halt, ne? sie haben sie nicht fangen können haben sie nicht verstehen können waren Feinde Wallah und dann kam halt die Ryder und haben gesagt, ey, machen wir mal machen wir was ganz verrücktes, Alter machen wir mal so Symbiose, ey so Shazam, Alter so ne? Geil das ist ein Berg das ist ein Berg das ist ein Berg und das ist ein Berg der 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 Ich spiele nicht mit, äh. Oh nein. Ach so scheiße. Alter. Geht doch jetzt nicht, Digga. Du kannst jetzt nicht bringen. Es ist ein A. Ey. Wie kann ich denn wissen, ob ich ein guter Vater war, wenn ich nicht mal ein guter Sohn gewesen bin? What the fuck? Oh mein Gott, Alter, jetzt könnt ihr doch nicht sowas hinmachen, Alter. Es geht nicht, Leute. Ey, ich glaube, ich habe noch nie so einen emotionalen Stream gehabt. Wut und Freude, so ein bisschen Trauer und sowas, aber nie, wo ich wirklich angefangen habe zu flammen. Wie gesagt, ich bin ein sehr emotionaler Spieler. Und das sind so die ersten Pokémon-Trägen. Die ganze Story. Sag ich, wie es ist? Die ganze Story, die wir jetzt zusammen gefehlt haben, ergibt gar keinen Sinn. Dann lass uns weiterspielen. Lass uns weiterspielen. Sohn und Tag.